Ja, zurück zu Assassin's Creed, wir gucken mal hier, heute mal Paris erobern, Beschlagnahmen, wie sagt man denn, belagern. Also, es sind natürlich noch die alten Dinger von dem Fest hier, von diesem Opferfest, aber es gibt noch neue Quest hier zum Thema Paris-Belagerung. So, wo ist denn das jetzt hier? Ist das weit weg? Ne, ist doch hier irgendwo. Irgendwo da drüben, mal gucken. Fremde mit Geschenk, okay. Schauen wir mal. Wo bist du denn? Ist das alles? Dieses Festmahl muss großartig werden. Ja, es ist unsere letzte Chance. Walf's mal! Willkommen in Hefnator. Ich bin Eivor, aber das scheint ihr ja schon zu wissen. Du bist uns wohl bekannt. Ich bin Turcas Hinrichsdorte und der fränkische Langweiler ist mein Berater Piaz. Wir sind hier im Namen von Siegfried vom Frankenreich, berühmter Krieger und Anführer der dortigen Nordmänner. Ihr scheint euch hier schon heimisch zu fühlen. Wie sollten wir auch nicht? Was ihr hier aufgebaut habt, ist wunderbar. Das Gästehaus fügt sich gut ein. Wir haben zudem neue Geschmäcker aus dem Frankenland für eure Tafel mitgebracht. Habt ihr Durst? Dann kostet von unserem Würzwein. Sehr großzügig. Einige würden sagen, zu großzügig. Siehe es als Zeichen des guten Willens von meinem Onkel Siegfried. So von Clan zu Clan. Okay. Ich nehme heraus, dass ich ein Festmahl verweigert hätte, würde Blut fließen. Ich nehme es also ab. Sehr gut, du ehrst uns. Reffnetop erinnert mich daran, wie das Frankenland einst war. Wenn ich könnte, käme ich oft zu Besuch. Du wärst willkommen. Jedoch bringt ihr eure Gaben sicher nicht ohne Grund. Ich warte auf den Gefallen, um den ihr uns bitten werdet. Kommt nach Frankreich. Was man über deine Urteilskraft hört, stimmt wohl. Lass mich gern heute bei Ale an deiner Weisheit teilhaben. Beginnen wir? Klar. Dann schauen wir mal, ob diese fränkischen Leckerbissen etwas tausend sind. Sieht schon lecker aus. Essen wir! Okay. Wie kann man nur Ale dem Wallen vorziehen? Gott, ich werde es nie verstehen! Ihr Nordleute besiegt uns Franken vielleicht auf dem Schlachtfeld. Doch im Trinken sind wir ungeschlagen! Ich glaube nicht. Egal, ob sowas zu trinken kommt. Wenn es mich betrunken macht, trinke ich es gern. Gibt es denn keine Ansprüche mehr? Hauptsache, es macht breit. Ich will euch etwas zeigen. Mhm. Auf unseren Reisen durch England nahm ich in Raubzügen und schlachten Schwerter an mich. Dieses holte ich mir in einem Holmgang gegen zwei einfältige Brüder in Estengla. Es mag nur ein Wundenzweig sein, und doch ist es mein Liebling. Ihr habt also alle Winkel dieses Landes bereist, bevor ihr nach Hefnetop kamt. Wozu? Ich möchte dich und deinesgleichen für die ruhmreichen Raubzüge entlang der Seekwana gewinnen. Mit wem hast du bisher gesprochen? Mit vielen. Ja, Al-Hemming, Gudrum, sogar Halfdan. Paris selbst soll belagert werden. Und danach werden wir mehr Reichtümer angehäuft haben, als sich irgendwer in England vorzustellen wagt. Lass mich raten, wie viele Jards sich da in fränkischen Raubzügen und Belagerungen anschließen. Zero, nada, Lulu. Sie begreifen das Ausmaß der Schätze nicht, die wir erbeuten können. Was willst du wirklich, Toka? Jedes Wort, das ich sprach, ist wahr. Aber da ist noch etwas anderes. Eine neue Macht erhebt sich im Frankenreich. Eine Macht welcher Art? Die fränkischen Königreiche wurden unter einem König vereint. Dem fetten Charles. Und mit dieser vereinten Kraft wendet sich Charles nun langsam gegen die nordischen Dörfer. Er tötete meinen Vater und löschte mein Dorf aus. Für deinen Vater und dein Dorf tut es mir leid. Wir haben jedoch unsere eigenen Sorgen hier in diesem Land. Bleibt Charles an der Macht, werden diese Sorgen wachsen. Nachdem er im Frankenreich fertig ist, wird er nach Englerland kommen. Charles wird dich und deinen Clan verfolgen. Seine Heere verdoppeln sich täglich. Echte Krieger, auch Berittene. Kein Vergleich mit euren sächsischen Bauern und Fischern. Wenn der Rabenclan euch helfen sollte, was würdest du von uns verlangen? Unser Anführer Siegfried bereitet die Belagerung von Paris vor, damit die Franken ihre Taten wieder uns Nordleute überdenken. Und nebenbei werden unsere Langschiffe vollgeladen mit Schätzen. Meine Späher bestätigen die Behauptungen Tokas und ihrer Leute. Doch zuvor sah ich keinen Grund, unseren Clan einzubringen. Siehst du diesen nun? Hat dieser wahnsinnige König Charles es wirklich auf Englerland abgesehen, sollten wir handeln. Dieser Siegfried, von dem sie sprach, versammelt dort Nordleute. Uns ihm anzuschließen, könnte die Gelegenheit sein, sich dem neuen König zu widersetzen. Oder ich könnte diesen Charles selbst treffen und ihn, wenn er nicht verhandeln will, töten. Unser Problem geht über einen König hinaus. Töten wir einen, kommt ein anderer. Sollte er durch einen unserer Nordlinge aus Englerland erschlagen werden, könnte das die Franken noch eher zu uns treiben. Dann werde ich abwägen, wen ich im Frankenreich töte und mit wem ich mich verbünde. Ein ruhiger König könnte Hefner Taub Sicherheit bringen. Lass mich das Schwert sehen. Ich will die Schmiedekunst begutachten. Nein, das ist mein Diebesgut. Voll prall. Na schön, willst du es mir nicht zeigen, muss ich es mir nehmen. Mach dich bereit, Piers. Ich fordere dich zum Holmgang heraus. Toka, du kamst hierher, um Hilfe gegen diese neue fränkische Bedrohung zu finden. Der Rabenclan wird dir beistehen. Wirklich? Wirklich? Ich verspreche dir, ihr werdet es nicht bereuen. Suche Piers, auch wenn ihr bereit seid. Und wir brechen umgehend ins Frankenland auf. Wir sind bereit, Junge. Auf geht's. Danke. Hm. Ah, mein Kopf. Wäre ich nur bei L geblieben. Tja. Toka sagte, ich solle zu Piers gehen. Bin ich bereit für die Reise ins Frankenland? Wir sind bereit. Auf geht's. Ruf's mal. Ich hoffe, dein Kopf schmerzt nicht wie der meine. Piers. Wir sind bereit aufzubrechen, wenn du es bist. Ja, los. Ich bin bereit. Frankenreich, okay. Ja. Das Frankenreich. Land von Kala Magnus, der bittere Lohn Ragnas, der in Paris Unmengen von Silber und Sorgen erneutete. Okay, sehr nice. Was denn? Kein schniefender Gesandte König Charles, um uns zu begrüßen? Glaub mir, Wolfs mal. Du wirst früh genug die Wärme seines Großes spüren. Das ist eine Karte. Wir alle waren beteiligt. Das ist so nice, hier, ne? Oh, oh. Okay. Komm schon. Unser Dorf liegt im Landesinneren. Ab hier nehmen wir die Pferde. Die anderen folgen zu Fuß. Könnte uns ein Hinterhalt erwarten? Nicht so nah am Wasser und nicht in der Nacht. Siegfried hat seine Arbeit zu gut gemacht. Ich entlade noch das Schiff. Geht ihr zwei schon voraus? Vielen Dank, Piers. Und Eva, es gibt etwas, das wir besprechen sollten, wenn ich in Melidunum ankomme. Also dann, sichere Reise. Steig auf. Es ist nur ein kurzer Ritt. Wie soll ich Siegfried unter die Augen treten? Ich sollte Krieger sammeln. Erfolglos. Nein, ich will mein eigenes Pferdchen. Wie soll ich Siegfried unter die Augen treten? Ich weiß nicht. Ich sollte Krieger sammeln. Erfolglos. Und doch will er, dass ich eines Tages führe. Die Schuld liegt nicht allein bei dir, Toka. Jarls sind sehr mit eigenen Angelegenheiten beschäftigt. Ah, mir reicht doch starkes Ail und ein guter Kampf. Was ist sonst schon wichtig? Fränkische Speer. Sie behalten uns neuerdings streng im Blick. Was glaubst du, was das heißt? Dass Siegfried seine Arbeit noch nicht beendet hat. Er ist erst fertig, wenn es keine Franken mehr gibt, die man bekämpfen kann. Seitdem Charles uns aus dem Norden vertrieb, schnappen uns Speer nach den Fersen. Er setzt deine Leute stark unter Druck. Du wirst vielleicht früher führen müssen, als du erwartest. Ich bin wohl nicht am besten dafür geeignet. Ich sehe das Langhaus. Wir sind fast da. Haben wir jetzt ne Map? Ne, ne? Doch. Okay. Uh, okay. Sieht jetzt erstmal relativ überschaubar aus, ne? Da ein paar Türmchen. Mal gucken. Es ist merkwürdig, nach so langer Zeit zurückzukehren. Ich dachte, ich käme mit einem her. Willkommen, Meliduno. Suchen wir Siegfried. Ja, let's go. Tja, wo ist er denn? Ich weiß, wie er aussieht. Im Langhaus. Ach ja, er wird bei den Gräbern sein und in den Nebel stammen. Dort fangen die meisten seiner Tage an. Hier entlang. Unsere Begräbnisstätte. Sinrik, mein Vater, liegt dort mit den anderen. Wir sollten gehen. Ja, let's go. Wird er nicht laufen? Okay, na gut. Etwas an diesem Ort ist sehr beruhigend. Dies ist ein schönes Land. Zumindest wäre es das ohne all die Franken. Dort ist Siegfried. Geh voran. Meine Rückkehr mit so wenigen Verbündeten erfreut ihn vielleicht nicht. Ich werde nicht ruhen. Oh, was für eine Axt. Siegfried? Du bist gekommen, Wolfsmall. Gut. Du wusstest, dass ich es bin? Piers schickte Kunde voraus. Deine Axt wird uns ein Segen sein. Ich hörte, die Deine war auch nicht untätig. Ja, ich habe viel erschlagen. Auf offenem Feld, ehrenvoll, wie Odin es vorsieht. So ist es unsere Art. Aber nicht die Ihre. Die Franken zerrten unseren Jarl Zinrik aus seiner Bettstadt und weideten ihn aus wie ein Feigling. Sie begruben ihn nicht einmal, sondern überließen seine Leiche den Tieren. Diesen Hügel widmete ich ihm. Du willst, dass ich mich gegen die Franken auf eure Seite stelle? Es gibt keine Seiten. Es gibt nur Blutschuld und Rache und den Tod für jene, die auf meine Axt treffen. Wie gefährlich sind diese Franken? Was wollen sie? Verstehst du es nicht? Sie wollen uns so wie Zinrik, tot und entehrt. Doch ich werde sie die Bedeutung von Ehre lehren. Lass uns nun essen und ich erzähle dir meine Pläne für Paris. Ah, du hast ein Pferd, das ist ja nett. Dies ist wie da. Nie konnte ich ein edleres Tier. Der rechende Gott. Ein guter Name. Viele Franken haben ihr Ende unter seinen eisernen Hufen gefunden. Er hasst sie fast so sehr wie ich. Du hast eine Schnitzerei bei Zinriks Grab hinterlegt. Zinrik gewann sie von mir in einem Holmgang, als wir noch Kinder waren. Das ist Ektin hier, der über Odins Halle wacht. Er hielt sie, als ich ihn fand. Nur daran erkannte ich ihn, nachdem die Tiere an seiner Leiche gewesen waren. Das ist nicht so nett. Das ist nicht so nett. Na komm, jetzt lauf nicht so langsam. Junge, was für ein Schritt. Hier geht es nicht nur um Silber, Toka. Er wird einfach nicht gern beim Essen gestört. Weißt du, Ragnar kehrte mit mehr als nur Silber zurück. Mehr als Silber? Was noch? Schwerter. Edelsteine. Wein. Geschichten. Über einen toten Heiligen, der Paris verteidigte. Horik war so voller Staunen. Er befreite die Christen und richtete die Plünderer hin. Wirklich? Das klingt nicht romreich. Was ist denn da los? Auf geht's. Ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Tötet die Heiden. Bringt mir Siegfrieds Kopf und diesen Kopf ebenso. Lasst das Bürschchen leben, dass ihr davon erzählt. Das Bürschchen. Sehr nice. So, die wollen jetzt eins auf die Mappe. Mensch, Pferdchen. Da haben Sie einen Vorteil, aber der wird nicht reichen. Down, down. Wie haben wir noch? Den da. Wo ist Engelwinn hin? Siegfried, warte. Was hat er dir gesagt? Turka, sieh nach den Verwundeten und den Wachen. Sie hätten uns vor dem Angriff warnen sollen. Ich hab doch gesagt, dass er beim Essen nicht gern gestört wird. Lebend hätten wir den Soldaten befragen können. Wildes Herz, kühler Kopf. Oh, das gefällt mir. Wohin reitet Siegfried? Ich vermute, er will Bischof Engelwinn suchen. Ich vermute, er will Bischof Engelwinn suchen. Er hasst ihn mehr als alle anderen. Er war es, der Sinrik tötete. Ja, sein Schwertbruder und dein Vater. Das tut mir leid. Nichts hat sich geändert. Wenn überhaupt, sind die Angriffe nun häufiger, wie du siehst. Randvi hatte recht. Ich muss das beenden, bevor es Hefnetorbe erreicht. Pff. Sofern du ihren König nicht dazu bringst, aufzugeben, musst du jeden einzelnen Soldaten im Frankenreich töten. Hm. Dann treffe ich mich mit Charles und finde heraus, ob man mit ihm verhandeln kann. Ihrem König? Dieser schweinewanstige Feigling wird dir den Schädel spalten, wenn du dich umdrehst. Ihm schenkt man den Tod, nicht das Vertrauen. Es geht um mehr als nur einen König. Ich muss mit ihm sprechen. Das erwartet mein Clan von mir. Schon möglich, dass du recht hast. Aber mich musst du letztendlich nicht überzeugen. Wenn du Engel Wien tötest, hilft dir Siegfried vielleicht, Charles zu finden. Nun beginnst du wie ein Jahr zu denken. Zweimal sind unsere Speer Engel Wien in die Arm-Siedlung südlich von Paris gefolgt. Dort wird Siegfried sein. Ich werde ihn aufsuchen und zurückkehren, wenn Engel Wien tot ist. Dann finden wir Charles. Eva, hier drüben! What's up? Piers, worum geht es hier denn? Uns verbindet etwas. Du willst dich den Nordleute verachtenden Loyalisten des Frankenreichs widersetzen. Ich will bezahlt werden. Ich sehe da keine Verbindung. Ich arbeite mit rebellischen Männern und Frauen im ganzen Land zusammen. Sie sind des Chaos durch Charles' Herrschaft müde. Es sind nicht viele. Nur wenige sind so dumm, sich den gut ausgerüsteten Truppen der Loyalisten zu widersetzen. Du glaubst also nicht an ihre Sache? Nein, aber sie glauben daran. Und hier kommst du ins Spiel. Hilf ihnen und deine Mühe wird reichlich belohnt werden. Seltsam, dass du sie unterstützt, obwohl du ihre Ziele für unerreichbar hältst. Welch Monstrum wäre ich? Zerschlüge ich die Hoffnung, an die sich ihre Herzen klammern. Zudem lockt eine große Ausbeute und nur ein Narr würde das ausschlagen. Wie kann ich helfen? Was kannst du mir anbieten? Okay. Rebellen-Einsätze. Ist ausgewählt, ne? Okay. So beginnt es also. Viel Glück, Evo. Aha. Okay. Können aber auch erstmal hier ein bisschen was aufbohren, oder? Mal kurz gucken. Was haben wir hier? Sie sehen eigentlich noch gar nichts, ne? Schnellreisepunkt, sehr cool. Okay. Lass mal hier rüber reiten. Einfach mal... Oh, sorry. Einfach mal ein bisschen was klar machen. Wenn es nach Siegfried geht, wird es zum Winter keinen Franken mehr in diesen Hügeln geben. Amensiedlung in Paris. Na gut. Aber jetzt erstmal nicht. Lass mal ein paar Türmchen aufdecken. Nimm die Mäppen mal ein bisschen offener. Sobald die Richtung ist ähnlich, ne? Mal gucken, wo ist das auf der Map? Auf der Map. Da hinten. Okay. Mhm. Hm, okay. Da muss man hier nochmal rein sneaken. Gucken. Gucken. Okay. Hä, oder was? Was ist mit meinem Controller los? Ja, nice. Komm, schieß doch mal. Controller im Arsch. Na gut, okay. Da müssen wir was anderes machen. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Okay. Das war der Grund. Na gut. Das muss man natürlich wissen. Ohne Pfeile wäre das nichts. Mensch, geh doch mal da rauf. Was ist denn los? Kein Bock, oder was ist da jetzt? Okay. Hm, okay. Okay, das Arm von Paris da, okay. So, haben wir hier ein paar Pfeile für mich. Leute, muss es da was geben. Hm, achso, lecker Mitteressen. Sehr gut. Ach, komm. Das ist aber nicht das Paris, das ich kenne. Ja, dann ist es hier 800, oder was ist das hier? Oh, Armviertel. Na gut, okay. Arm sind nicht ganz übertrieben. Da oben ist er rauf, oder? Habe ich jetzt gedacht. Hm, hm. Alter. Was habe ich denn da eingestellt? Das muss ich gleich mal fixen. Kann also nie weitergehen. DEN- Oh, nein. ok so wo wollen wir eigentlich hin? wer ist questgeber hier? hm müssen wir noch ein bisschen los brauchen wir einen anderen controller, der ist hier irgendwie, hat ja ne meise lauf aber hier durch geht gar nicht ab so das ist ihr arm oder was? hüpf hey was ist denn los mit dem controller? tja tja muss man von hand finden mit vögelchen ist nix komisch mal gucken vielleicht wird er noch nicht richtig eingestellt schauen wir mal oh roten mhm hüpf holf mal hier wie hast du mich gefunden? wo ist toka? sie vermutete dich hier gerade sucht sie melidunum nach den vermissten wachen ab engel ween ist mir entkommen aber der soldat sagte dass er zu einer kirche in der nähe wollte komm wir müssen durch die armen siedlung ach selbst hier kann ich die ganze pisse noch riechen siegfried ich muss verhindern dass sich dieser kampf nach englerland ausweitet ich muss charles treffen wozu? man kann mit diesen trell nicht verhandeln hast du meinen toten bruder sinrik vergessen? nein und deswegen muss ich es versuchen darum bin ich im frankenland wenn ich engel ween töte sollst du mir helfen beim könig vorzusprechen vernunft bringt bei dir nichts wolfsmall du bist so wild wie dein namensgeber tja let's go mal gucken was er hier für verbündete hat der läuft wirklich Junge Junge so oben rauf da waren wir schon mal in unseren adern fließt das blut heiliger könige und eroberer die nordlinge mögen viele kämpfer haben doch wir haben gott ach das ist odo graf von paris und rechte hand des königs er wirbt zweifellos leute für sein heer an unser mut und unsere ehre werden uns beistehen auch im schwersten kampf wir werden dieses unheil besiegen das haben wir immer selbst herrlich wie immer der gleich neben ihm ist gudselin bischof von paris und mächtiger krieger wir empfangen diese beiden nehmen wir uns später vor du musst zu engel Wien gelangen und dafür musst du irgendwie in die Kirche kein Problem die Antwort liegt in dem Gestank da unten das helft mir nicht viel weiter wäre es leicht hätte ich ihn längst selbst getötet du hast einen Vorteil du bist diesen Leuten fremd der räuber siegfret ist fast an unseren toren und was will er was alle nordlinge immer wollen blut und silber das eure und das meine mich kennen sie schon ziemlich gut jemand dort unten weiß etwas und diesen jemand musst du zum sprechen bringen gibst du mir dein wort dass wir danach er versteckt sich in seiner Kirche wirst du hineinschleichen einen von ihnen zur mitarbeit verpflichten oder die straßen mit blut tränken wie du es tätest sie verdienen es doch du bist das wolfsmahl du brauchst mein rat nicht also was wirst du tun ich finde meinen Weg tja den guten Engel Wien aber den werden wir uns natürlich erst beim nächsten Mal zu Gemüte führen also bis denne ciao